Mann Mann, ich mach was ich bin und du weißt, ich bin wie du krank, ja? Ich hab voll die Titten gekriegt, Junge, ich muss Spaß anfallen, um zu machen. Anthony ist einfach Level 40, was ist denn mit dir los? Was soll das heißen jetzt? Wenig oder viel? Thomas ist Level 23. Ja Luftbombe, du vergleichst mich, du vergleichst mich, ein Profi-E-Sportler in GTA mit einer Luftbombe, die zwei den geändert hat. Mann, du dummer Keck! Hahaha. Du hast mich komplett haupts genommen damit, ne? HALT! Schau. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Commanderkrieger. Digga, ich mach' einer Farbe Gelb, wenn alle müssen, ich hab' Geld. Äh, was? Ich weiß, ich weiß nicht, wie man diesen Boost hier macht, ne? Ja, du darfst erst an Sekunde 2 oder so anfangen. Ich hab' voll vergessen. Ah, Digga, ich hab' FPS Drops, Digga, sein Charter gerade. Jaja, das ist halt das Ding, ne? Ah, da kommt ja noch was ganzes auf uns zu. Ich dachte, das war schon das Rennen, also. Oh, oh. 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 Hiha. Ja, Digga Ich check' gar nix, aber ja. Oder, woah. Wuhuuu. Alter, das macht Spaß. Richtige Glücklich. Ich fühl mich nochmal frei. Ich hab' schon lange nicht mal frei im Leben gefühlt. Ja okay, das, das Rennen kann ich absolut vergessen, ne, Jungs. gleichkeit auch gemacht würde das gleich gehen aber ja die jungs das war's komplett aber wie kann ich hier resetten es geschafft hat ja jetzt mach ich das nicht mehr auf einer wall oder so ich bin immer noch auf der straße ja hab ich ja gesagt er muss ich nur weh drücken und dann muss ich auch normal fahren ja du musst schon eigentlich nur weh drücken meistens und der auf entspannt irgendwas habe ich falsch gemacht will das rennen gewesen jungs hier sieht man jetzt auch schon ganz klar den gewinner mit kontakt mit kontakt wird wird kurz hätte ich auch noch mit sich alles aber wenn du ja hast dann lässt du mich jetzt komm ich habe die zerstoffen bereiten mehr wie gut als ihr komm 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 ich wollte gerade Anthony beitreten ja dreht mal bei weil ich kann ja Thomas hat mich erschossen ja dann sucht du die renner aus ich kann nicht yo 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 Yoyo! Fro-SED ко REALT muss ich nicht auf socio wie habe ich mich getötet warum setzt du geld auf dich hat noch kein gesetz aber holst ich gewinne ich krieg es einfach nie hin oder was die scheiße ganz ganz wildes rennt man keinen kontakt ich habe nicht so gut angemacht damit wir haben können doch eigentlich ein homo ich glaube man kann es entscheiden ich habe so spät gecheckt und wie ist die luft hinten ich denke weil du vorne bist der war nicht schlecht muss ich die das jetzt ja weiß nicht aber ich bin einfach toll gerade gewesen was kannst du fliegen ich hoffe nicht ja weil es auch absolut die fps ist so lächerlich wie fliegt man nicht mit 8 und 5 oder so weiß ich nicht du mutten ja mit 8 und 5 oder mit maustaste die gar keine ahnung was geht jetzt haben das ist ja absolut geil ich komme nicht so mit teleportation und so ein scheiß okay 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 junge junge das ist aber absolut koppel hier braucht man feingefühl jungs jungs wie kann ich abheben wie komme ich hoch keine ahnung ich stecke das aber auch gerade irgendwie ist das mit dem fliegen hier ganz komisch ja jungs das ist ganz ganz komisch ne also viel spaß im rohr hallo ja mit 8 und 5 mann da passiert nix ich hab's auf wea st gelegt so mehr oder weniger das mit dem feingefühl wird ja absolut gar nix das wird absolut gar nix das wird gleich kritisch gib auch gas pisse dich oh gott ich dachte gerade dass wir explodiert sind ich hab auch gedacht ich wollte schon fertig machen merkt mich oh gott wie lange spawne ich nach mann wo spawne ich nach ist die andere frage das ist mein normaler Flugzeug oder nein Dominik na weißt du was ist denn das jetzt warum bist du so schnell weiß nicht ich komm hier mit zwei leck mich oh gott na gut das war's oh Thomas wo bist du dahin bist du immer am Flugzeug aber jetzt habe ich gerade irgendwas machen können mit Nick und rechte Maustaste abheben oder so das ist ganz behindert ja ja gar kein Problem hier jetzt nehme ich euch auseinander ja jetzt nicht wo kommst du jetzt von mir her ja gerade wie spawne oh meine Arsch ich hätte das geklappt ne ich hätte so verdient easy digger also normal ist es passiert bei sowas immer kam aber irgendwie grad ne ganz 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 gerne mittelflieger zeigen oh zum Glück hat es gezählt ach du heiliger hey was muss man machen muss man andersrum fliegen ja ach du scheiße ich hab's bekommen ich hab's bekommen ich hab's bekommen ich nicht wieso explodier ich nicht wieso explodier ich nicht ha 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 easy kann auch im Kopf absolut nicht fliegen also das ist unheimlich ich auch nicht ich hab's geschafft irgendwie aber bin trotzdem gestorben Thomas oh mein Gott du musst ja nicht lang fliegen du musst ja eigentlich nur reinfliegen bei Anthony bist du fertig oder was? passt ja ich bin schon weiter ich glaub das rennen beendet ich glaub das rennen hört nie auf Thomas wie sieht es bei dir aus? ich hab das aufgegeben oder Thomas? ich hab dazu gar nichts was ist denn los bei dir? nichts ich bin weiter gekommen aber ich bin halt immer noch weit hinten oh jetzt musst du wieder fliegen oder? oder ist das Teleportation? wenn du in den Tunnel musst sag ich jetzt schon da willst du am liebsten aufgehen ey bei mir ist es voll komisch ich muss die linke und rechte Maustaste drücken und dann kann ich mit der Maus das Flugzeug steuern und so fliege ich die Scheiße wenn du die linke gedrückt hältst kannst du das so ziehen wie du es halt haben willst ja genau aber ich hab dann gar keine Kontrolle also so schon aber halt so richtig wenig Kontrolle habe ich darüber vor allem wenn du Kopfweger fliegen musst oh ne wenn ich schon sehe dass du gestorben bist mit dem Flugzeug da hast äh äh wie ist es leid ich hier grad ok das ging eigentlich ich bin dann bereit oh gott oh gott oh gott ja willst du noch weiterspielen oder nicht? ne also beendet ja bitte ok der Raum funktioniert ja ganz gut Thomas ja das schon aber fliegen ist spätestens beim Tunnel ist ja ganz gut ja easy no problemo in der Schemo oh ho 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 oh ho 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 boah ich bin auf mich gelandet oh shit oh shit ja so viel oder was nie beendet hey wollen wir einfach sehen wir noch mal kurz die Luftpumpe ne ich weiß was ich nicht mache das ist dir jetzt gesichtiger Klackerlack